In dieser Glücksdose ist ein Röschelkerzchen integriert und kannst du ganz einfach selber basteln. Eine Maisdose habe ich auf der verkehrten Seite aufgetan, damit ich oben die Öffnung für eine Beschenkte habe. Dann habe ich als erstes die Dose ausgemessen und der Designkarte umweiss zugeschnitten von dieser Dosengrösse. Aus dem Stempfelset Glücksklee habe ich diese beiden Glücksklee genommen und gut draufgedrückt und mit dem Inkpad Grün das ganze Papier so bemustert. Am Rändchen habe ich mit dem Farbverblender das Grün noch etwas geprascht, damit es noch schön grün intensiv ist. Mit einem Restenpapier habe ich noch das Inkpad Grün drauf geprascht, sowie alles Gute in Schwarz noch draufgestempelt. Dann färbe ich die Dose im Inneren, sowie der Deku unten, mit der Goni Deku Farbe einfärben und mit Eiskristall bestreuen. Wenn das Ganze abgetrocknet ist, kann ich das Röschelkerzchen am Boden drauf leimen und dann mit dem Rubelkohl den Deckel drauf leimen, damit die Dose wieder verschlossen ist. Das bestempflete Papier wird jetzt aussen der Dose auch mit dem Rubelkohl fixiert. Und das alles Gute könnte man mit dem Goni-Kohl-Pünktchen oder auch mit dem Rubelkohl drauf leimen. Jetzt vielleicht noch ein kleines Mäschalchen oben dran und schon ist die Dose mit viel Glück verpackt und verziert. Viel Spass beim Basteln! Und jetzt vielleicht noch ein kleines Mäschalchen oben drauf leimen und wir also wieder können, dass die Dose mit ein Kohlfallrik ist. Vielen Dank.